Man ist hier normal nie, aber es ist einfach auch ein tolles Gefühl zu sehen, dass es hier seinen Job tut. Tag ein, Tag aus, ohne dass jemand zuguckt, nachdem er es gebaut hat. Das ist das, was eigentlich jeder Informatiker sehen will, aber in seinem Alltag nie sieht. Das sind die Sorge, auf die man zugreift, die man zum Schwitzen bringt, aber die man normal nicht sehen kann. Die Leute, die das hier eingerichtet haben, wissen, was sie tun.